Wie man seine Eltern mit einem Alufolie-Wohnzimmer prankt. Zwischenstand. Jetzt warten wir, dass meine Eltern nach Hause kommen. Was ist hier denn los? Was stinkt das hier? Was hast du denn gemacht? Ich hab mich im Kopf drauf. Hast du das denn gesehen? Du bist doof, oder was? Ja, da hast du den. Ja, da hast du den. Ich hab mal was zu tun hier. Ja, jetzt geht ihr auch mal raus und Bier trinken. Scheiße. Wie gefällt euch euer neues Zuhause? Was? Ich hab ein bisschen Angst. Wie kann man sowas machen? Mit Alufolie und Tape. Und es ist alles miteinander verbunden. Scheiße. Deswegen fragst du, wenn wir nach Hause kommen. So was hab ich noch nie gesehen. Also komm mal. Irgendwo ist es doch wieder geil, ne? Aber jetzt fängt der raus. Ja, klar. Mäßig macht's. Mäßig macht's. Jäufer! Hahahaha. Jäufer! Ha, 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 ha.